Meine Damen und Herren, ganz herzlich begrüßen zum heutigen Flangentag für die Mayos for Peace. Der Anlass war, dass im August 1945 wurde ja in Rosemar und in Nagasaki von mir als einer einzigen Atombur, in der wenigen Augenblicke mehr als 10.000 Menschen getötet. Die Mayos for Peace ist eine internationale Organisation von städtenwiescher Friedensarbeit, weil wir auch noch mal ablöst und verschwinden haben. Die Organisation wurde 1982 auf Initiative der damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Fagishi, Arati, gefunden. Am 8. Juli des Jahres, also heute, werden die Schlaggen von Mayos for Peace gehisst. Das ist ein sichtbares Zeichen von den Brathäusern für eine friedliche Welt ohne Atombur. Das ist ein sichtbares Zeichen von Mayos for Peace. Das ist ein sichtbares Zeichen von